Hi, ich begrüße euch zu meinem kleinen Trailer von meinem Kanal. Schön, dass ihr zuseht. Zu meinen Sendezeiten habe ich keine feste, aus dem Grund einfach nur, ich mache das so, wie ich es mir im privaten Bereich vereinbaren kann. Respekt an die anderen YouTuber, die feste Zeiten haben, weil es einfach viel Zeit kostet, Videos zu schneiden etc. Was euch hier erwartet sind Unboxing-Sachen, Self-Projekte für die Werkstatt, kleine Möbelsachen etc. Unter anderem dann auch noch Raspberry Pi, das ist so mein Gebiet. Und wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen und einfach die Playlisten durchgucken, was euch gefällt, einfach anschauen. Ja, und das ist so eine kleine Info für meinen Kanal und ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns. Bis dann. Tschö.